So, Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute tatsächlich mal live und in Farbe. Ich dachte mir, ich werfe die Webcam an, ich stelle eine Softbox auf und ich zeige mich einfach mal. Wieso denn auch nicht? Ich habe in letzter Zeit ein paar Videos mir auch von anderen Crypto-YouTubern angeschaut. Die haben immer ein ähnliches Format wie dieses jetzt gehabt, wo man die Person immer ein bisschen gesehen hat, plus den Bildschirm. Fand ich eigentlich ganz cool. Dann dachte ich mir, gut, das machst du auch einfach selber mal. Wenn ihr da keinen Bock mehr drauf habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann baue ich die Webcam wieder ab. Aber ich finde es eigentlich ganz cool so. Und genau, deswegen werden die nächsten Videos im gleichen Format sein. In diesem Video soll es ja um Whiteless-Spots gehen. Bevor wir dieses Thema aber anschneiden, geht es erstmal darum, habt ihr Bock auf einen Discord? Und zwar haben mir einige Leute geschrieben, du Niklas, hast du einen Discord? Hast du einen Discord? Ich brauche die neuesten Infos über NFTs und so weiter. Ja, hast du da irgendwas? Nee, habe ich aktuell nicht, aber könnte man natürlich machen, wenn da einige Leute Bock drauf hätten. Deswegen schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf hättet. Ich würde das Ganze kostenlos machen, weil ich will dafür eigentlich jetzt kein Geld haben. Ich würde einfach gerne eine Community schaffen von Leuten, die sich für Krypto-NFTs interessieren. Gerne auch, wenn ihr Freunde habt, die dann auch einladen. Dass man so eine kleine Gruppe schafft von Leuten, die sich für das Thema interessieren. Und da könnte man dann Sachen diskutieren wie NFT-Projekte, NFT-Flips, potenzielle Whiteless-Spots, dass ich Projekte anschreibe und versuche eine Whiteless zu securen für ein paar Leute von euch. Also eigentlich Altcoin-on-Chart-Analysen, jetzt eher so ein Krypto-Coin-Bereich und entspannte Vibes. Einfach coole Leute, deutschsprachig, weil im englischsprachigen Raum gibt es sowas sehr, sehr viel, aber im deutschsprachigen Raum eigentlich gar nicht. Deswegen dachte ich mir, okay, wieso denn nicht machen? Und genau, das ist die Idee dahinter. Also wie schon gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. So, jetzt soll es aber um das Thema heute gehen, garantierte Whiteless bekommen, ein kleines Tutorial. Und zwar, was sind denn Whitelists überhaupt? Whitelist ist, dass ihr eine Möglichkeit habt, ein NFT zu kaufen und das halt zu 100%. Also ihr seid auf einer Liste und da heißt dann, wie so ein gutes VIP-Ticket für irgendeinen speziellen Club oder was auch immer, ihr kommt auf jeden Fall rein. Ihr steht auf der Gästeliste quasi. Das ist eine Whitelist. Dann kann man fragen, okay, wieso benötige ich überhaupt eine Whitelist? Das ist das erste Thema, was wir uns anschauen. Zweite Frage, wie bekomme ich dann so einen Whitelist-Spot? Die dritte Frage oder eher dritte Aussage, sage ich mal. Ich habe aber gar keine Zeit, Lust auf so ein ganzes Whitelist-Thema und die ganze Arbeit, die man da vielleicht reinstecken müsste, aber ich will trotzdem einhaben. Gibt es denn da auch Möglichkeiten? Ja, auch das gibt es. Schauen wir uns am Ende des Videos an. Also erst mal, wieso überhaupt Whitelist? Erstens garantierte Profite. Was meine ich damit? Wenn ihr einen Whitelist-Spot habt, dann ist es eigentlich sehr, sehr garantiert, dass ihr Profit macht. Wieso? Weil ihr, sage ich mal, wenn die Whitelist umkämpft war und viele andere Leute das NFT noch minden wollen nach euch, dann wird das auf dem Secondary Marketplace meistens mehr wert sein. Das ist ja wie bei Rohstoffen jetzt aktuell, ne? Zum Beispiel Holz oder Halbleiter für die Grafikkarten und so weiter. Das ist alles sehr, sehr rare Ware, aber viele Leute benötigen es. Deswegen ist es sehr teuer. Grafikkarten teurer, Playstation 5 und der ganze Spaß. Kostet ja alles sehr, sehr viel Geld. Und hier ist es ähnlich. Viele Leute wollen NFT, wie zum Beispiel diesen coolen Affen. Vielleicht kennt ihr ja das Projekt Helpbeast. Aber nur wenige bekommen es. Und deswegen ist ein Whitelist-Spot bei vielen Projekten fast garantierter Profit. Zweiter Punkt. Chance auf mehr als nur ein NFT. Das ist natürlich ziemlich nice, weil wir haben hier garantiert einen Profit und dann haben wir den nicht nur einmal, sondern direkt zweimal, wenn ihr zum Beispiel mehr als nur ein NFT bekommen könnt. Bei Helpbeast war es nicht so, aber es gibt einige NFT-Projekte, wo ihr mehr als nur ein NFT bekommen könnt. Dann günstigerer Preis, sag ich mal, ist meistens so. Bei Helpbeast zum Beispiel war es nicht so. Da habt ihr den ganz normalen Preis bezahlt, aber ohne Whitelist hättet ihr auch gar keine Chance gehabt, weil es gab nur einen Whitelist-Release, kein Public Mint. Und aber bei den anderen Projekten ist es meistens so, dass ihr 30 bis 50 Prozent weniger zahlt, als dann der Public Mint, also die Leute nach euch, die keine Whitelist haben. Und da kommt dann auch wieder ein garantierter Profit ins Spiel, weil ihr zahlt ja 30 bis 50 Prozent weniger als die breite Masse. Heißt, die müssten ja mit einem echt hohen Verlust verkaufen, dass ihr gerade mal breakeven seid. Also deswegen garantiert der Profit. Trotzdem in Anführungszeichen, aber eine Whitelist ist schon ein sehr, sehr guter Indikator, dass ihr danach gutes Geld damit verdient könnt. Vierter Punkt, mehr Zeit zum Minden. Vor allem bei Ethereum wichtig. Wer Ethereum nutzt und kennt, der weiß, Ethereum Gas, wir sind teilweise geisteskrank hoch. Also es kann wirklich mal passieren, dass ihr mehrere hundert bis mehrere tausend Dollar bezahlt für eine Transaktion, wenn das Netzwerk so ausgelastet ist. Und wenn ihr eine Whitelist habt, dann habt ihr meistens mehrere Tage Zeit, eine NFT zum Minden. Und dann könnt ihr euch natürlich einen Zeitpunkt aussuchen, wo die Gas-Fee etwas niedriger ist. So, wenn wir jetzt mal hier, Hatebeast habe ich jetzt schon öfter erwähnt. Was meine ich damit garantiert? Also zum Beispiel, Hatebeast war meines Wissens 0,2 Ethereum, was eine Affe gekostet hat. Wenn ihr die Whitelist hattet, also jetzt knappe 600 Dollar für einen NFT, plus Gas-Fee, also gehen wir mal von 700, 800 Dollar aus. Und aktuell bringt die Kollektion, die ist jetzt aber auch nochmal gut gefallen, muss man sagen, wie wir sehen, die war teilweise bei 9 Ethereum, was jetzt aktuell fast 27.000 Dollar wären. Jetzt ist sie extrem gefallen, auf ungefähr 4 Ethereum, was 12.000 Dollar sind. Aber trotzdem, aus 600 Dollar 12.000 Dollar zu machen, ist natürlich nicht schlecht. Aber ohne Whitelist, hattet ihr da keine Chance. Ich sage, hier war natürlich die Whitelist sehr schwer zu bekommen. Es gibt Projekte, da ist es ein bisschen einfacher. Zum Beispiel ein Projekt, was ich immer gerne zeige, ist Metroverse. Metroverse hat 0,98 Floor, also ungefähr 1 Ethereum, knappe 3.000 Dollar. Und ihr habt 0,05 pro NFT bezahlt, wenn ihr eine Whitelist hattet. Und ihr durftet 2 kaufen. Also auch hier habt ihr mehrere Tausend Dollar Gewinn gemacht, was natürlich ziemlich, ziemlich nice ist. So, wenn wir jetzt mal weiter gucken, okay, wir brauchen einen Whitelist Spot, das haben wir verstanden. Aber wie bekommen wir denn überhaupt einen? Wir brauchen einen, um gutes Geld zu verdienen. Aber wie bekommen wir denn überhaupt einen? Erste Methode, Discord Invites. Ist eine etwas unschöne Methode, sage ich mal, weil man muss viele Leute einladen, ist nervig, spammy und das kann jeder. Was meine ich mit kann jeder? Im Endeffekt kann jeder einen Link erstellen und ganz viele Leute versuchen, in den Discord reinzuholen. Was da auch eher schlecht ist, sage ich mal, dass die Discords dadurch sehr aufgeblasen sind mit sehr vielen Leuten, die sich vielleicht gar nicht für das Projekt interessieren, weil viele Leute andere Leute immer anwerben. Wie, wenn ihr euch eine Werbung auf YouTube reinzieht und der Typ sagt euch, komm in meine Gruppe und du wirst richtig reich und lad aber dann am besten nur 30 deiner Freunde ein, die unseren Service dann auch nutzen. Wer kennt es nicht? Und das ist hier so ein bisschen ähnlich und deswegen bin ich da kein großer Fan davon. Wird aber trotzdem von vielen Projekten vorausgesetzt, um eine Whitelist zu bekommen. Deswegen habe ich es mit aufgenommen. Aber hier 15%. Also die Chance, nur dadurch eine Whitelist zu bekommen, ist, sage ich mal sehr. Der zweite Faktor ist Discord-Aktivität. Was meinen wir damit? Und zwar müsst ihr XP sammeln durch Aktivität im Discord. Da gibt es Discord-Bots und die sehen dann, okay, was schreibst du da so und was machst du so im Discord und wenn du sehr aktiv bist, dann kriegst du eine höhere XP immer wieder und wenn du ein gewisses Level erreicht hast, dann gibt es Projekte, die sagen, okay, Level 60 quasi von der XP her und dann habt ihr einen Whitelist-Bot. Das benötigt aber sehr, sehr viel Zeit und man kann nicht einfach nur die Tasten auch und das geht leider nicht, sondern man muss qualitativen Input bringen. Was meinen wir damit? Einfach mit den Leuten agieren, Fragen stellen, vielleicht dem Projekt irgendwie weiterhelfen, Tipps geben, was das Projekt noch machen könnte. Das Projekt so ein bisschen behandeln wie eure Firma oder eure Arbeit. Also zum Beispiel, ihr geht in euren Bürojob und dann wollt ihr ja auch im Normalfall das Beste für die Firma und hier ist das ähnlich. Wenn ihr, sag ich mal, zeigt, okay, euch liegt das Projekt am Herzen und ihr wollt dafür einen Erfolg und tragt dazu auch ein bisschen bei, dann wird das meistens entlohnen, sag ich mal. Kostet aber, wie schon gesagt, sehr, sehr viel Zeit und ja, es ist auch einfach Arbeit. Man muss sich mit dem Projekt auseinandersetzen, man muss da einfach viel Zeit reinstecken. Der dritte Punkt ist Fanart, Meme-Contest oder Games. So, wenn wir uns jetzt mal hier anschauen, was haben wir denn hier oben? Und zwar haben wir jemanden, der heißt Get on my level aka Montana Black. Vielleicht kennt ihn jemand, aber selbst Montana Black hat für die Whitelist von Invisible Friends gegrindet, sag ich mal, und er hat hier so ein eigenes GIF erstellt im Style von ihm quasi als Invisible Friend. Hello, I want to show you my invisible friend. Und da merkt man, selbst die großen Leute müssen für eine Whitelist grinden. Da hat er zwar eine Reaktion von Invisible Friends bekommen, was natürlich gut ist und ich denke auch, er wird ein Whitelist-Wort dafür bekommen haben, aber das meine ich mit Fanart. Einfach Sachen related zu dem NFT erstellen, wie zum Beispiel hier so ein Badezimmerteppich. Da werden Leute sehr, sehr kreativ und umso kreativer, umso besser. Wenn ihr dann noch ein Retweet oder einen Kommentar von dem Projekt bekommt, dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass ihr auf die Whitelist bekommt. Das ist natürlich auch wieder Arbeit, aber ich sage mal, wenn ihr ein bisschen kreativer seid, kann das halt ein, zwei Memes oder Artwork oder vielleicht auch einfach irgendwie ein Produkt, was ihr da quasi selber stellt und dann habt ihr da schon, sag ich mal, ziemlich gut Chancen auf eine Whitelist. Zum Beispiel dieser Teppich, der kostet dem vielleicht 20, 30 Euro und das Projekt wird sicherlich für mehrere tausend Euro gehen. Also das ist ein lohnenswertes Geschäft, sag ich mal. Ja, Meme-Contest ähnlich, also wenn ihr einfach Memes macht und dann gibt es noch Games, was meine ich damit? Öfter ist es so, dass im Discord Spiele gemacht werden, wie zum Beispiel Scribble oder irgendwelche Quizabende oder sowas und wenn ihr daran teilnehmt und gewinnt, dann habt ihr manchmal auch eine Chance auf eine Whitelist. Ist aber auch Arbeit und ihr kämpft gegen sehr, sehr viele tausend andere Leute an. Deswegen hier viel Kreativität gefordert, aber wenn ihr kreativ seid, ist das definitiv eine gute Idee. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich kann nicht zeichnen, ich kann absolut gar nichts, dann gibt es auch eine Lösung und zwar Fiverr. I will create NFT Fanart hand-drawn promotional videos for Discord and wie ihr seht, Invisible Friends, also 11 Orders in Queue, also viele Leute wollen das wohl und da kann man verschiedene Pakete auswählen und der Typ zeichnet euch dann, denkt mal auf Papier mit Bleistift, was zu dem NFT bringt. Ob das dann funktioniert, kann man natürlich nicht sagen, aber wenn ihr nicht zeichnen könnt und sonst einfach kein Talent habt, sag ich mal, und ein bisschen nicht zu kreativ seid, dann ist das Outsourcen von dieser Aufgabe eine gute Idee, weil Fanart und so weiter meiner Meinung nach mit die beste Methode ist, mit einer guten Discord-Aktivität, also da bin ich, wie schon gesagt, kein Fan von, aber mit einer guten Discord-Aktivität, vielleicht ein, zwei coolen Fanarts, habt ihr, denke ich, schon gute Chancen, eine Whitelist zu bekommen. Dann kommen wir zu meinem Geheimtipp. Das ist wirklich, das ist wirklich ein guter Tipp. Viele Leute reden da tatsächlich nicht drüber, aber es ist sehr, sehr, sehr hilfreich und zwar Voice Chats beziehungsweise AMA Sessions. Was meine ich damit? Und zwar, öfter ist es so, dass Leute im Discord oder halt Projekte im Discord Voice Chats veranstalten. Die sagen, jo, wir sind jetzt im Voice Chat, wer kommen möchte, kann rein. Und ich sag mal, wenn ihr relativ gutes Englisch sprechen könnt und gerne allgemein redet, sag ich mal, also wenn ihr da gerne reingeht und ein bisschen auf euch aufmerksam machen könnt und mit den Leuten redet und Fragen stellt und so weiter, dann das gekoppelt in einer guten Discord-Aktivität hat sehr, sehr gute Chancen für eine Whitelist. Das hat bei mir tatsächlich auch schon mal funktioniert. Dann wurde einfach mein Name sich gemerkt, weil ich halt mit den Leuten echt entspannt reden konnte und man merkt es ja selber so, wenn man wo anruft, kommt man meistens schneller an ein Ergebnis, als wenn man eine Mail schreibt. Man kann so viel schreiben, wie man will, aber man geht ein bisschen unter. Aber wenn man präsent ist in so einem Voice Chat, dann sag ich mal, hat man sehr, sehr gute Chancen auf eine Whitelist-Bot beziehungsweise, dass man auf sich aufmerksam macht und das ist ja im Endeffekt das Wichtigste. AMA Session eigentlich genau das Gleiche, Ask Me Everything, nee, Ask Me Anything, aber im Endeffekt das Gleiche. Da kann man halt einfach Fragen stellen. Wenn ihr da gute Fragen stellt, qualitative Fragen, dann werdet ihr auf euch aufmerksam machen und das ist quasi der Sinn dahinter. So, wenn wir jetzt immer noch sagen, ich habe doch für das alles keine Zeit, keinen Bock, ich kann das nicht, ich will das nicht, was mache ich dann? Und zwar gehen wir dann wieder zurück auf Fiverr und zwar echt Outsourcing. Ihr müsst quasi jeden Schritt, den ich euch genannt habe, Outsourcen. Das kostet Geld, aber keine Zeit. Heißt, für viele Projekte lohnt sich das auch. Wie schon gesagt, wir haben ja Hatebeast angeguckt, das war im Peak bei neuen Solana, also 27.000 Dollar. Hättet ihr da verkauft, hättet ihr auch 600 Dollar, 27.000 Dollar machen können. Und ich sage mal, dafür kann man auch ein bisschen Geld bezahlen, dass jemand für einen grindet im Discord und Sachen macht. Klar, Hatebeast war sehr, sehr schwierig, aber man merkt ja, es lohnt sich trotzdem auch bei vielen anderen Projekten. Wenn man zum Beispiel sagt, man hat einfach keinen Bock, die ganze Zeit im Chat zu hängen und rumzuschreiben, dann hier auch nochmal ein Beispiel, ein Fiverr-Listing. Es gibt auch Fiverr-Upwork, tausende Listings, die euch das anbieten, muss man wirklich sagen. Es gibt natürlich Leute in Ländern wie zum Beispiel in den Philippinen, die gutes Englisch sprechen, aber dort einfach ein ganz anderes Lohnverhältnis herrscht, als zum Beispiel in Europa oder in den USA oder wie auch immer. Und die Leute dann halt für euch in den Discord gehen, da schreiben und für die lohnt sich das ja auch, wenn die das für 5, 6 Leute machen den ganzen Tag und schreiben da in der Gegend rum, dann verdienen die ihre 50, 100 Euro am Tag, vielleicht, was ja wirklich krass gut ist und sie erleichtern euch die Arbeit. Da müsst ihr natürlich sehr selektiv sein, also die Leute dürfen da keinen Scheiß schreiben, weil sonst werdet ihr auch aus dem Discord geschmissen oder euer Discord wird gebannt oder was auch immer. Also da müsst ihr gucken, dass ihr gute Leute findet, aber es gibt on massen, on mass, on mass an Listings von Leuten, die euch die Arbeit abnehmen wollen und da müsst ihr dann einfach nur gucken, Richtigen für euch finden quasi. Ja, das soll es eigentlich, wie schon gesagt, mit dem Video gewesen sein. Das sind die besten Chancen auf eine Whitelist, das sind eigentlich auch so die einzigsten Chancen. Ihr könnt zwar noch Giveaways und so teilnehmen, retweeten und liken und drei Freunde taggen, aber das machen 5000 andere Leute, also da könnt ihr auch direkt Lotto spielen, meiner Meinung nach. Ja, das verlinke ich euch unten, die PDF-Datei, wenn es den nochmal jemand interessiert. Und nochmal zum Thema Discord, wie schon gesagt, wenn ihr einen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann versuche ich das so schnell wie möglich umzusetzen. Wie schon gesagt, NFT-Themen, Krypto-Themen, alles was so da ansteht, kann man da sich dann austauschen und teilen. Und genau, danke auf jeden Fall fürs Zuhören und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Genau. Und ciao. Ciao. Ciao.